Hallo und herzlich willkommen zurück zur 22. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir uns durch die Quarantäne-Zone gekämpft. Haben hier ein paar ganz schön traurige Geschichten erlebt mit der Krankheit die hier umgeht und müssen nun Morden Solis noch finden der uns helfen kann gegen diese Krankheit vor allen Dingen weil wir ja auch schon eine Dossiermission mit dem haben um ihn dann für unser Team aufzunehmen. So schauen wir erstmal was hinter dieser Tür ist. Der Lagerraum ist schon mal cool. Element Zero, oh ja das nehme ich gerne mit. We got here for us. We got here for us. Ich glaube ich habe das ähm kräftige Argumente oder? Was ist los? Was ist los? Wir haben diese Sachen gefunden. Es ist uns. Jetzt verblendet es. Nichts aber Schokolade in hier. Dieses Ort ist peinlich als das letzte. Was sind sie? Ich bin in diesem Apartment. Habt ihr diesen Turin zu töten? Was? Der Typ auf dem Boden? Nein, die Pläge hat ihn geholfen. Wir sind nur hier um eine volle Erkrankung von all seinen weltlichen Begründungen. Ich mag keine Pläderer. Das ist ziemlich hoch. Was ist das Problem? Es ist nicht so, dass sie nichts missen. Wir zeigen uns nur ein bisschen... ...entrepreneurische Spirits. Die Pläge hat keine Menschen, also wir können auch gerne in die Hand nehmen. Außerdem, wenn wir das nicht nehmen, die Vortja oder die blaue Sonne werden. Es ist besser uns als sie, oder? Egal. Ich habe keine Lust mich mit denen zu argumentieren. Ich suche jemanden. Ja, ich weiß ihn. Ich habe eine Klinik gerade um die Klinik. Ich nehme viel Anstrengung, wenn du da gehst. Es ist mit blauen Sonnen und Vortja. Was ist mit der Seuche? Ich weiß nicht. Es begann eine Woche vor. Ich denke. Die Vortja. Was ist mit dem Vortja? Und was wissen Sie über die Vortja? Was wissen Sie über die Vortja? Was wissen Sie über die Vortja? Was ist mit dem Blue Sons? 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 Ja, ich bin ziemlich entschuldig, dass sie gehen. Ja, ich bin ziemlich entschuldig, dass sie gehen. Die Blue Sons hat eine Klinik. Sie hat die Vortja in Richtung. Sie hat die Vortja in Richtung. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Wir haben einen großen Tag morgen. Es gibt noch viele Apartmenten, die unsere besonderen Klinik-Services brauchen. C3. PO. Okay. Dann laufen wir hier raus und den Shepard den eigentlichen Weg entlang. Exklusive Container. Nicht so gesund. Oh, das ist eine Sackgasse. Da wollen wir nicht hinzugehen. Da ist auch eine Sackgasse. Gehen wir hier lang. Und Tür öffnen. Oh, jetzt hat er aber geladen. Ah, da vorne geht's auch schon direkt zur Klinik. Das ist doch gut. Das Einschild hätte gereicht. Fäden. Oh, die hab ich auch schon zu hoffen erledigt. Von daher juckt's mich eigentlich relativ. Dann. Ja, du bist wirklich dann. Morden ist hier irgendwo. Geh mit ihm reden. Wir brauchen alle Hilfe, die wir können. Entschuldigung. Sorry, ich bin zu müde, um zu stoppen und zu reden. Du solltest Morden finden. Okay. Waffen spinnen. Wir haben ja ein bisschen. Nicht viel Sachen. Ach, Autopistolen und schwere Pistolen. Hat der Shepard auch. Pensionsgewehr, Autoschwere. Und halt diese. Super Waffen. Die halt immer mehr. Ähm. 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 Diese Klinik ist ein Sanctuary. Wenn du für Probleme möchtest, geh irgendwo anders. Wenn du so. Patient. Auf dem Weg hier. Wir sahen Menschen. Die Apfelten des Todes. Das macht mich verrückt. Ich wusste nicht, wie gut die Dinge in der Stadt waren. Bevor der Quarantin. Ich dachte nie, dass ich die blauen Sonne vermisst. Ich dachte nicht, dass diese Klinik mit so vielen von deinem. Ich dachte zweitens, um hier zu kommen. Auf dem Weg hier. Auf dem Weg hier. Wir sahen Menschen. Die Apfelten des Todes. Das ist wahrscheinlich das safestste Ort in der Stadt. Wir wollen es damit halten. Okay. Der Professor hat ein paar Überraschungen gekocht. Falls der Pfarrer entscheidet, um die Klinik zu attacken. Okay. Patient. Morten hat mein Leben saved. Ich erhebe ihm alles. Morten sagt, dass du Menschen nicht für die Pläge sind. Aber warum sind Jorkind sick? Nicht alle Menschen sind schlecht. Die Pfarrer hier sind sehr gut für mich. Entschuldigung. Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du solltest Morten finden. Professor. Wir fahren mit Epoxy. Melanarin. Plenty on the head. Almost as good. Causes cramping in Baterians. Supplement with Butamerol. Melanarin and Butamerol. Got it. Senazine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Hablachor? Too unstable, inconsistent results. Demazine better option. No, no, no. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Not an option. Alter. Jetzt gleich werdet ihr sehen, was an dem so seltsam ist. Er ist ein ganz neiter Charakter. Aber er ist echt arschseltsam. Oh, medische Kapazität. Er ist echt ein sehr seltsamer Typ. Wir werden gleich sehen oder hören, warum. Mal gucken wir erstmal alles andere durch. Jungs... Verschiedene Waffen... Credits... Und Morten. Nein, ich mach nix. Ich bin auf eine kritische Mission, und ich brauche deine Hilfe. Mission? Welche Mission? Nein, 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 nein. Too busy, der Klinik versteht. Plague, Spreding, 2000. Wer sendet dich? Ein Geheimrapport, äh, Organisation. Relativ zu Plague. Das macht nicht Menschen. Ein Interesse von Menschen. Ein paar Menschen-Gruppen. Ein paar Menschen-Gruppen würden mich kennen. Die Geräte regiert die Militärin, nicht der Allianz-Standard. Spectres, nicht Menschen. Der Terrorfirma sind zu unstaatlich. Nur eine Option. Cerberus sendet dich. Unentsprechend. Haha, der Typ ist so crazy. Also er denkt, er sagt alles, was er denkt. Haben sie davon gehört? Sehr gut informiert. Wie hat ein Solarian-Scientist gehört über Cerberus? Er hat aufgrund geschlossenen Weg. Ich dachte, sie haben nur mit Menschen gearbeitet. Warum soll Solarian-Aid? Ähm, Kolonienfischung. Die Kollektoren sind die gesamte Menschen-Pobulationen. Wir werden herausfinden, warum sie und sie verhindern. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Wenn ich ihn sehe, werde ich was ich kann, um Hilfe zu helfen. Wahnsinn. Danke. Ich sagte ihm nicht zu gehen. Aber er ist smart. Ein briller Zukunft. Ich hoffe. Da war ein Klanker-Batarian. Ich habe einen Klanker-Batarian-Plague-Viktor neben der Entrance in der Stadt. Können Sie jemanden zu helfen? Hm. Risky. Blue Suns, Fortress, still battling. District, not secure. See, was ich kann. Was ist mit der Plague? Kannst du mir erzählen über diese Plague? Hm. Advanced Design. Suspected Kollektoren, bevor du sie erwähnt hast. Der Ziel ist experimentell. Er zerstört die Respiratoren-Systeme mit gefährliche Genetik-Mutationen. Es macht Sinn, um Menschen zu vermeiden. Unnecessäre, um die Mutationen auf der menschlichen Genetik-Struktur zu verhindern. Es macht Sinn. Was ist mit dem Worte? Möglichstes Ziel des Virus. Testen die mögliche Mutation-Levelte in verschiedenen Spezien. Horrisch, aber möglich für die Verlust. Menschen haben nicht diverser Genetik-Backgrund. Um größer Rang zu haben als andere sapienter Räste. Es macht Sinn, als Kontrollgruppe. Was ist mit dem Worte? 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 Nicht technisch oder aggressiver. Was ist mit ihrem Assistent? Daniel. Was ist mit dem Angriff auf die Klinik? Das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes. Ich muss jetzt gehen. Angriff auf die Umweltplanung. Handkanone. Blablabla. Vorhin Gruppmitglieder können. Okay. Eine neue Waffe. Ja, da sollte jetzt eigentlich was... Sollte er eigentlich was sagen, aber irgendwie ging es gar nicht. Daniel Fünn. Können wir gleich mal... Oh, wir sind ganz schön vorbildlich. Kein Effekt. Können wir ja mal bei Shepard reinmachen. Gibt's ja keine Statistiken. Ob die jetzt besser ist und... Weißt du nicht. So. Öffnen wir die Tür. Und gehen... In die Weiten. Widerstützung. Boah. Nope. Da kommen noch welche. Widerstützung. 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 Es ist schnell. Widerstützung. Ich habe ihn. Ich geh mal auf die Waffe. Das macht zum Glück viel Schaden die Waffe, das ist wirklich cool. Ich bin ein Waffe. Ich bin ein Waffe. Ich sehe dich. zack, 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 zack zack, 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 zack zack, zack Zack ja das werden zu stark er habe wieder muslimation nervt nicht gelte guck da oben müssen wir lang dann werden wir erstmal alles andere durchsuchen dann haben wir die medizinische station wenn wir mal ein bisschen um ein bisschen schneller zu erforschen ich muss mir das mikrofon ein bisschen näher stellen ein bisschen weit weg deswegen hat das mikrofon relativ wenig aufgenommen ja ja dann sind wir hier lang sonst was ist eigentlich alles schade die lassen das sind nicht so hart auf position kann also nicht immer zack so auf geht's das war's bank terminal hektisch so direkt hintereinander alle oh 5000 credits aber wir werden es in der nächsten folge wieder weitermachen denn das war es auch schon wieder von der 22 folge unter zu mass effect 2 wir werden es in der nächsten folge wiedersehen live mega over and out